dynamic wir sind wieder zurück haben gerade dieses fliegende warzenschwein der Megaman, wenn wir uns nicht interessieren, werden wir in der Explosion getötet werden! Wir müssen hier raus! Ähm, richtig! Was ist das? Noch ein Boss? Was? Ja, noch ein Boss. Das ist ja so ein Gundam Ring oder sowas, ein Transformer. Äh, von da aus kriegt man es nicht. Einfach nur die Raketen wegschießen. Ja, ja, aber die Raketen haben irgendwo... Die schießen jetzt aber auch direkt auf dich. Kaum noch auf den Flatter. Jetzt. Immer noch so weit weg. Ja, stimmt. Ich hätte ausreichen sollen, oder? Wenn der so drüber fliegt. Und immer daran denken, äh... Unlocken. Boah, aber die hauen dann schon was raus. Das ist ja... Das ist ja... Naja, okay. Tatsächlich nicht. Wenn du springst, sozusagen... Ja, hat gerade abgezwungen. Ja, aber du bist ja auch nicht ausgewichen. Das ist ja... Das ist ja... Ja, ein Raketen. Also bei mir hat es funktioniert. Ich bin hochgesprungen, wenn die dann kamen und dann... Ja, ich bin hochgesprungen. Ach komm. Dann gibt es aber keine Möglichkeit, aus dem abzuschießen. Von mir aus auch gern. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Du kannst das Auto anloggen. Ich glaube ich. Ne, probiere ich die ganze Zeit. Ich sehe sie einfach nicht. Oh Mann. Miss Trong ist eigentlich nicht... Ja. Ja, irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, dass Autolog im Arsch ist. Ja, ich glaube das sind besonders irgendwie halt... Auf so einer großen Distanz halt. Ja. Schwierig. Er macht erst irgendwie in meinem letzten Moment. Oder ich weiß auch nicht. Aber selbst wenn man nicht Autolog on'd, treffen die, wenn er so direkt auf ihn zukommt, die Spezialwaffen. Deswegen kann man ja damit noch ganz gut treffen, aber... Mit dem Dings hier ja nicht halt mehr mit dem Buster direkt. Ja, genau damit kann ich nicht bleiben. Ne. Alter. Alter. Du hast die mal von Roma wird. Aber das kann ich nicht so ausgemacht haben, oder? Hier funktioniert... Da scheint es nicht zu funktionieren mit der... Der... Ex-Also. Ich will nochmal. Okay. 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 Ich muss mich nicht bewusen. Ich muss nicht locks. Ich muss mich nicht verraten. B prefierungen auf den Weg. Ich muss mich als Rack . Ich muss mich nicht überstellen. Ich muss mich überdruhen. Ich muss mich nicht einmal aufbauen. Es muss mich auch nicht mehr rauswerden. Ich muss mich nicht zu schön ausprobieren. Ich muss mich nicht mehr rauswerden. Du bist auf jeden Fall. Ich muss mich zu genauso. I'll show them! One more direct hit and we'll be in trouble! One more direct hit and we'll be in trouble! One more direct hit and we'll be in trouble! One more direct hit and we'll be in trouble! One more direct hit and we'll be in trouble! One more direct hit and we'll be in trouble! One more direct hit and we'll be in trouble! One more direct hit and we'll be in trouble! One more direct hit and we'll be in trouble! I! 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 Du bist der Boss Killer! Vielen Dank.